So, Willkommen zurück bei der 1V1 Series. Jalla, der eine im Skyline wie man ihn kennt und der andere im Cry-Hard-Octane mit neun Felgen raufgezogen. Ganz frisch die Dinger gezogen. Hat er gleich ausgerüstet. Schöner Hardflip. Der andere hat eine Hardflip zum Hardflip. Schöner kleiner Lupe. Stevie choked komplett rein, open net. 1-0 erchenkam. Jetzt die Chance direkt von der Wand. Und jetzt ein Backboard. Backboard, Andreas. Oh, er macht den Backboard aber perfekt geblockt. 2-0 ey, in 1 gegen 1 sitzen wir beim Skyline. Jetzt möchte ich das mal kurz kommentieren. Okay. Schöner Hardflip. Mein Name ist der Roller, war ein Kuchen und das ist Philipp Bernd. Und wir kommentieren jetzt die letzten Minuten, die wir spielen gemeinsam. Scheiße. Er Dynamics führt bereits im 2.07. Ist dir das der Anschluss? Yeah. Wie ist das Ding? Nein. Hat er verfehlt? I don't know. Outplayed? Outplayed? Open. Ist open. Ist open. Nein! Oh mein Gott! Was war denn das? Da merkt man die Aufregung. Es geht um viel. Aber er bringt ihn nochmal. Oh, schlecht wie Caret. Oh, schlecht wie Caret. Die Fähre spielen vom Richter. Richter unsouverän, den muss er doch machen. Oh! 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 Er ist raus. Er ist raus. Er ist raus. Nicht so ganz souverän der Save. Scheiße. Raus gleich. Eine Minute. 3-3. Er geht erstmal auf die Sicherheit. Auf die Defense. Backboard. Open net. Richter muss ab. Ohne Boos. Ganz stark. Ganz. Voller Aufprägung. Der ist doch neulich dreißig. Der hat doch noch Pampen. Der sieht so aus. Oh! Boos! Geht rein! Oh mein Gott! Steve Nats ist on fire, Alter. Der andere macht den Fly. Ja, ja, ja. Den 100, der hat er aber nochmal reingedrückt. Das wird schwer, das noch aufzuhören. Das ist es, das ist es. Ey, GG, Alter. Ohne Witz. Kann ich auch schwein schreien? Zu viel PS unter der Haube für Richter. Schauen wir mal. Aber ein Kick-Off durchgedrückt. Kick-Off-Tour. 50-50. 70-30 für Richter. Und das ist so leer. Das muss er doch mal in den Ring bringen. Nein! Ihr schafft es nicht. 100 Boost. Ist da. Okay, er hat die Vorteile. Der andere mal Torwart. Ja! Deckt nicht auf! Starker Schuss! Was ist denn da los? Ist das die Rockling-Sensation, meine Damen und Herren? Ist der erst der Air-Dribble? Der erst der Air-Dribble? Da muss der Air-Dribble kommen. Aber man hat das Gefühl, Richter kommt mit dem der panischen Rechtslenker nicht klar. Ja! Da fehlt die Koalition. Da fehlt das Erständnis und das Ertrauen zum Auto. Und da ist das 2-0. Da haben wir eben das 2-0 auch gesehen. Da ging es mal ganz schnell... Oh, da kommen die Frons in den Chat nochmal reingeschallert. Jetzt haben wir alles gesehen! Oh mein Gott! Jetzt kommt Salz in die Partie, meine Damen und das wollen wir doch sehen insgeheim. Buffy gibt es Big Robin in Love Island. Genau deswegen! Jetzt hat er Platz! Oh! Starker Schuss! Das haben wir doch erwartet! Alter, geil! Wow, den hebt er einfach runter! Oh, da muss ich die Wiederholung sehen! Da war aber Pech, ne? Nee, hat er gut gemacht! Den drückt er durch! Knips der Möglichkeit! Da lässt er sich Zeit! 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 Guck mal! Das ist der Unter! Was war das denn? Kick of Gold! Egal! Steve, kannst du noch auf Defensive spielen? Also er hat alle Zeit der Welt! Ach, der will uns noch was zeigen! Seine Skills jetzt! Der haut noch... Oh! Ganz stark geht's Spannend! Und er ist noch am Leben! Da hat sich der Baum gewendet! Aber Steve wieder mit dem Anstoßspotter! Und? Open that! Open that! Ich berichte wie dichter! Der ist ein Anstoß-Tor! Jetzt, jetzt! Bisschen aufgeregt! Der hat Schiss noch auf den Sack zu kriegen! Nur noch einen Punkt Vorsprung! Das kann ihn ganz schnell genommen werden! Was macht er jetzt? Die Zerstörung! Oh! Oh mein Gott! Wilde Zerstörung! Total! Und jetzt hat er wieder Opened! Diesmal nur Knipsen! Diesmal nur Safe! Den hat er Safe! 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 Und wieder nur noch ein Tor Vorsprung! Da hat Steve sich vergessen zu verausgab! Nee, da warst du zu offensiv! Kann nichts vermutlich sein! Eieiei! Nein! Und er gleicht aus! Er gleicht das Ding einfach aus! Eieieiei! Er lässt ihn auch ganz cool rollen! Er fährt gar nicht mehr hinterher! Und jetzt ist Schuss-Jones! Der andere ist vorbeigefahren! Open net kurz! Ah, aufgeregt! Schnell return! Alter! Das gibt's nicht! Da muss man sein! Steve Schneller da! Legt er sich den gut rein? Fährt am Boost vorbei! Lebt Boost auf! Und spielt sich den rein! Jetzt hat er noch mal die Chance! Hüpft! Kommt gleich vorbei! In den letzten sieben Sekunden ist der Ausgleich noch gut! Oh! Er hat den Killstreak! Dreier Killstreak! Scheiß, Digga! Drohne... Er lässt ihn einfach auf! Oha! Leute! Der Underdog hat gewonnen! Dicke GG's! Der Underdog! Oh! Dicke GG's! 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 Dicke GG's!